Hallo und Willkommen. In diesem Video geht es um das neue Betriebssystem Windows 11 von Microsoft, welches kürzlich veröffentlicht wurde. Vielen stellt sich direkt die Frage, soll ich sofort darauf umsteigen? Doch so ein Wechsel will gut durchdacht sein, denn neue Versionen bringen auch oft höhere Hardwareanforderungen mit sich. Besonderes Augenmerk liegt zum Release auf den Prozessoren. Diese müssen mindestens über 1 Gigahertz Leistung und zwei Kerne verfügen. Im Internet gibt es zahlreiche Listen mit kompatiblen Prozessoren. Außerdem gibt es einige Tools, mit denen man seine Hardware selber checken kann. Wie die Vergangenheit gezeigt hat, nimmt Microsoft auch gerne noch Anpassungen vor. Daher unbedingt vorher informieren. Besonders für Unternehmen, bei denen viele unterschiedliche Geräte im Einsatz sind, bringt das natürlich einiges an Aufwand und auch einige Risiken mit sich. Lohnt sich das? Welche neuen Features bringt Windows 11 mit sich? Richtig neu ist vor allem das Design. Wie gut das ankommt, ist natürlich Geschmackssache. In jedem Fall ist es aufgeräumter als bisher. Allerdings heißt das auch, dass wir uns von vertrauten Klicks verabschieden müssen. Im Startmenü gibt es zum Beispiel nur noch App-Symbole. Angeheftete Websites und Ordner sind verschwunden. Und auch OneNote ist zunächst nicht mehr dabei, kann aber nachträglich installiert werden. Alles Dinge, mit denen man im Grunde leben kann, die aber trotzdem einiges an Ungewöhnungszeit erfordern. Ob nun Geld und Zeit in den Umstieg auf Windows 11 investiert werden, bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Sicher fahren Sie auf alle Fälle noch mit der Vorgängerversion Windows 10, einem zuverlässigen und stabilen Betriebssystem ohne Kinderkrankheiten. Günstige Angebote dazu finden Sie in unserem Webshop. Vielen Dank.